Herzlich willkommen zum Keyhelp-Administrator-Tutorial. In diesem wollen wir uns dem DNS-Zonen-Editor zuwenden. Im linken Menü über den entsprechenden Eintrag DNS-Zonen-Editor wird dieser aufgerufen. Hier erscheint eine Suchmaske mit darunter folgend einer Domainliste der bereits im System angelegten Domains. Mit Klick auf die fragliche Domain lässt sich der DNS-Zonen-Editor öffnen. Es erscheint im oberen Bereich der SOA-Eintrag der jeweiligen Domain. Üblicherweise muss beim SOA-Eintrag nur die TTL geändert werden. Die restlichen Einstellungen sollte man, sofern keine wichtigen Gründe vorliegen, entsprechend belassen. Eine geänderte TTL kann mit dem Button Übertragen auch auf die unterliegenden einzelnen DNS-Einträge übernommen werden. Hier kann zum Beispiel für einen Umzug auf eine andere IP-Adresse die TTL gesenkt werden, um das Domain-Update zügiger abschließen zu können. Die TTL gibt hierbei an, wie lange ein DNS-Eintrag von anderen DNS-Servern zuschengespeichert wird, bevor diese erneut beim eigentlichen DNS-Server nachfragen. Standardmäßig sind hier 24 Stunden eingestellt. Das heißt, ein externer Name-Server würde erst nach einem Tag wieder bei dem Server selbst anfragen, ob sich gegebenenfalls die IP-Adresse geändert hat. Im unteren Bereich sind die einzelnen DNS-Einträge zu sehen. Zwingend erforderlich müssen hier die zwei NS-Einträge sein. Üblicherweise vorhanden sind auch noch ein MX-Eintrag für den Mail-Server, die TXT-Einträge für den SPF-Eintrag, den DKIM-Schlüssel und den DMARC-Eintrag, welche dem Spam-Schutz dienen und zwei A-Records für die Domain selbst zu erkennen im linken Bereich an dem Add und ein Wildcard-Eintrag für sämtliche Subdomains zu erkennen an dem Sternchen. Hier ist standardmäßig die erste Server-IP hinterlegt. Für die Einträge im rechten Bereich gilt für Domain-Einträge, zum Beispiel auch beim NS-Eintrag, dass vollständige Domains mit einem Punkt abgeschlossen werden müssen. Subdomains, wo dann die eigentliche Domain in unserem Beispiel example.de angehangen wird, sind ohne diesen Punkt am Ende. In der Standardzone wäre dies zum Beispiel bei dem MX-Eintrag, wo hier nun Mail eingetragen ist. Dies steht dann entsprechend für mail.example.de. Sollte man hier eine externe Domain eintragen wollen und den abschließenden Punkt vergessen, so wird diese Domain dann auch als Subdomain gehandelt. Es würde dann entsprechend eine Domain der Folge mail.anderedomain.de.example.de erzeugt. Mit Klick auf Rekord hinzufügen können weitere Einträge erstellt werden. Standardmäßig wird hier ein A-Rekord vorgeschlagen. Weitere mögliche Rekordtypen wären A-A-A für IPv6-Adressen, C-A-A für die Einschränkung auf bestimmte Zertifizierungsstellen, ein CNAME-Eintrag, welcher Alias-Domains erlaubt, das heißt einen entsprechenden Subdomain-Eintrag, welcher nicht auf eine IP-Adresse zeigt, sondern auf eine entsprechend andere Domain. Weitere MX-Einträge, das heißt Mail-Server-Einträge, NS-Einträge, PTR. PTR-Rekords selbst können üblicherweise von einem Key-App-Nameserver nicht verwaltet werden, da diese standardmäßig durch den delegierenden Namensserver des Providers, welcher den IP-Bereich verwaltet, erzeugt wird. Des Weiteren sind auch SRV- und TXT-Einträge direkt in Key-App möglich. Die einzelnen Rekordtypen selbst und deren genauer Aufbau sind im Key-Help-Administrator-Handbuch unter kb.keyhelp.de noch näher erläutert. Mit Klick auf den Button Entfernen können auch einzelne Rekords wieder gelöscht werden. Mit Speichern wird entsprechend die Zone gespeichert. Nach dem Speichern der Zone wird das DNS-Zonen-File im System neu generiert und der DNS-Server dann neu geladen. Wie anfangs erwähnt ist zu beachten, dass bei einer Standard-TTL von 24 Stunden gegebenenfalls geänderte DNS-Einträge auch erst nach dieser Zeit weltweit verfügbar sind. Soweit zum DNS-Zonen-Editor. Ich bedanke mich für das Interesse an diesem Tutorial.